Hallo Leute! Willkommen zum Teil 2 unserer Serie, dieser Fuchs-Serie. Wir sind gerade noch renoviert, Tabacco Second Floor, also das Steckenhaus. Und heute gibt es Indisch, oder? Queen steht für Indien und es ist Tamilisch, nicht in Indien. Ah, Queen, du meinst schon gesagt. Nein, es ist nämlich eigentlich einer aus Japan und heisst... Kimono. Aber man tut kein japanischer Koch, sondern man nennt verschiedene Köche. Viele Köche verderben den Brein. Und man kocht heute was? Was das heißt? Tamilisch. Das ist unser Chefkoch, der nennt sich, wie heißt er? Sein. 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 Ah! Wir haben auch neu den Warpkern installiert, damit wir Strom haben. Und jetzt für die grossen Fans von Star Trek, wenn es jemand weiss, das ist der Tox-Zultat. Der Tox-Zultat. Der Tox-Zultat, den hat Captain Picard mal auf Riser kam. Weil Commander Riker hat gesagt, also Commander Riker, hat Captain Picard gesagt, er soll ihn mitbringen. Der Tox-Zultat hat dann auch stehen gehabt. Und das heisst eigentlich paarungsbereit. Und dann haben alle genervt. Und ich, also Commander Data war dabei. Jordi. Warp. Und wie heisst der nochmal? Gerhard Buchheuser. Sehr gut. Commander Buchheuser. Hallo, David. So. Also jetzt. Also was? Es gibt heute zwei Mal vorhin. Tamilisch. Genau. Milisch. Und die Seine hat eine Finchgeld. Ist euch egal. So. Und jetzt machen wir den Tecno-Famil. Und schneiden sie vier, zwei, drei Mal. Also kein One-Take oder wie das heisst. Und jetzt machen wir einfach das Misse en Place. Bis später. So. Dann wollen wir mal gucken, wie es aussieht. Kleiner Zwischenstand. Der Reiskocher ist gut gefüllt. Beat ist auch gut gefüllt. Wie ist der Kamerangang gefüllt? Gefüllt gefüllt. Gefüllt gefüllt. Die einen sind leerer, die anderen sind voller. Einmal mit zwei E und einmal Metall. Also. Erzähl mir, was machst du jetzt? Mal schauen hier, oder? Linsen. Linsen. Rote Linsen. Rote Linsen. Dann hier Fleisch. Das ist Ringfleisch. Ringfleisch. Und dann haben wir hier noch Lammfleisch. Genau. Das Lammfleisch muss erst auftauchen. Auftauen. Wieso wir kaltes Wasser zum auftauchen nehmen, weiß nur der liebe Gott. Das war warm. Dann müssen wir es vielleicht nochmal warm machen. So. Das ist auch gut. Das ist äh... Check Daniels. Check Daniels. Und ähm, was sagst du dazu? Ah, finde ich gut. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Also, bis gleich. Tschau. So. Rekord Essen ist fertig. Mal gucken. Es ist angerichtet. Jetzt haben wir noch ein Abschluss. Dann müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Aber ich glaube, es kommt gut. Das werden wir mal probieren lassen. Also, wir brauchen ja kein Besteckbucher nicht. Weil, ähm, das isst man von der Hand. Mit der Hand, oder? Mit der Hand, genau. Ja. Und zwar nur mit der Rechte, weil die Ringdruck mehr zum Scheissabputzen, genau. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, aber jetzt probieren. Ja, jetzt probieren. Ja, ja. Ja, ja. Los, probieren wir jetzt mal. Jetzt war es authentisch, oder? Nice, oder? Ja, komm jetzt. So. So. So ein Epinein. Was schmeckt das? Ja. Ah, ich muss es sagen. Mh. 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 Sehr gut. Saalfi, saalfi. Ja, okay. Ich gebe dir noch ein paar mit mir für den Honig oder so. Ja, Gabel. Also, Gabel, okay. Ähm. Du kannst auch noch richtig tun. Was ist das? Hey. Also. Äh. Ja. Guten. Euer Guten.